So, seid herzlichst, gegrüßt meine lieben Brüder und Schwestern zu dem Spiel Doom Eternal und ich grüße ganz besonders herzlich, wie immer, Entschuldigung, ich reuze mich da immer nicht absichtlich irgendwie in dem Sinn, sondern ich grüße wie immer besonders lieb die herzlich lieben Kollegen Sondler, Felix, Markus und Roland und die liebe Uschi aus meinem Forum auf laraweb.de Entschuldigung, ich reuze mich jetzt wirklich, was er, ja, gut, weil ich bin erkältet, also kein Corona, aber erkältet, weil es ist kalt und ich die aus Sparsamkeitsgründen und aus CO2-Spargründen, was ist denn hier, warte, da ist so ein Ding, das wundert mich jetzt, warte, ich erkläre es gleich, Punkttauscher her, kann man aber nichts tauschen hier. Hier das Punkttausch, ja, und da drüben ist auch so, da sind hier so Dinger, was machen die, warte, das da, da ist, kann man nichts machen, da kann man auch nichts machen, gut. Da drüben kann man aber Punkt, könnte, also da steht Punkttausch, weiß keiner. Ja, Freunde, wir sind wieder in der Basis und als wir hier rein, das letzte war jetzt die Mission 8, also 7, Mission 7 war Mars, Kern, Mission 8 war relativ kurz, Sentinel Prime, glaube ich heißt die, Bossfight irgendwie und jetzt sind wir wieder in der Station, Basis und mussten da ein paar Leute umhauen und dann musste man da hinten den Strom einschalten hier, da musste man einfach nur irgendwie die Handlungstasse drücken, hier den Schlüssel da einsetzen quasi, Strom einschalten, jetzt ist alles wieder in Ordnung hier, da fehlt noch eine Schallplatte, oder? Jetzt ist hier wieder alles in Ordnung und ich habe jetzt hier noch Wächterkristalle, ich habe jetzt hier noch alles geholt, was, äh, ja, weil da oben ist noch ein Ding, da oben, warte, das zeige ich dir noch, da oben jetzt, warte, nee, links raus, äh, nee, jetzt bin ich wieder am Anfang, da hinten, 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 warte, nee, so, hier hinten. Da oben war noch irgendwo ein Fragezeichen, äh, ihr musst aufpassen, da war plötzlich ein Fragezeichen, hier oben war irgendwo noch ein Fragezeichen plötzlich, also ein Geheimnis irgendwie, es wird aber hier nicht angezeigt, hier, hier irgendwo war plötzlich ein Fragezeichen, aber das Ding habe ich auch geholt jetzt hier, es ist so eine grüne, lustige Rüstung irgendwie, die muss man aber zwei Kristalle einsetzen hier, Wächterkristalle, und, äh, es ist, ja, äh, ja, keine Herausforderung oder irgendwie, aber man hat dann halt so ein Outfit irgendwie, das habe ich auch nicht gedacht, weil, weil, es gibt ja hier diese Herausforderungen, jetzt ist jetzt, jetzt geht der Server plötzlich wieder, jetzt kommen auch die wöchentlichen Herausforderungen, aber bei, bei, äh, generell Meilensteine oder wie, wenn man jetzt auf Hauptmenü geht und Meilensteine, äh, und da ist da irgendwo, äh, ist auch so eine Herausforderung, dass man die komische Ding da anziehen, äh, oder freischalten soll, die komische Rüstung da, raus, ja, passt immer, warte, schalten Sie die klassische, ja, irgendein Ding hier, schalten Sie die klassische Marine oder irgendein so was, Wächterdrehungsrüstung, Originalbritann, also irgendeins war das hier, äh, ja, gut, weiß keiner, hier sind da diese komischen, ich habe jetzt offline noch hier ein paar Sachen gemacht hier, ja, das gibt irgendwie Skins, kann man da freischalten oder so, weiß keiner, das muss ich noch machen hier, ja, gut, okay, äh, ja, hm, und wir gehen jetzt in die neunte Mission rein, wobei ich noch nicht weiß, wie die heißt, ich muss erst wieder rausfinden, rausfinden, wie ich hier rausfinde, da wieder zurück, und wir müssen jetzt in die neunte Mission, und ich muss erst rausfinden, wie die heißt, ja, da, und da gehen wir jetzt einfach mal rein, und was habe ich hier für eine Waffe, ist auch wurscht, schwer, ich kann, jetzt warte mal, Chaingun, da habe ich bei der Chaingun, habe ich jetzt alles freigeschaltet, Chaingun, habe ich, äh, offline, hier, Chaingun, diese Herausforderungen, da ist jetzt alles freigeschaltet, mobiles Geschütz überhitzt nicht mehr, habe ich jetzt freigeschaltet, offline, da muss man irgendwie, 15 Pinkies, oder irgendwas, also, das steht dann da, jetzt nicht mehr, oder, was man da machen muss, und das habe ich auch, Energieschild, äh, ja, füchst, glaube ich auch, äh, ja, gut, und jetzt gehen wir da rein, kommen wir her, Hol den Schmelztieger, äh, gut, machen wir, DaaTcha, Snabbat, oh, da müssen wir jetzt, da ist so eine Homschaft, hier müssen wir alles auch wieder schaffen, sämtliche Sachen machen, und ohne zu lachen, Sachen machen, ja, karas, назвat, ne, uhhh, Herausforderung, paint, da muss ich jetzt alles, ja, man kann, oh, 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 hier sind wir aber voll, Gucken wir mal. Aha. Oh, da unten sind lauter Kreuze. Was ist denn das Kreuze? Da sind die Toten. Oh, warte. Ja, gut. Also, wir gehen jetzt. Was sind da für Herausforderungen? Sammle sechs. Gut, ist es. Verwende die Eisbombe um zehn Dämonen. Also, ich muss Eisbomben verwenden. Führe drei verschiedene Kreuze. Oh, ja, Freunde, diese drei verschiedenen Chlorikills, falls jetzt einer fragt, wenn der blinkt, also man einen Chlorikill ausführen kann, dann gibt es drei verschiedene Arten, nämlich von vorne, von der Seite oder von hinten. Das sind die drei verschiedenen Arten, wenn man es nicht weiß. Also, ja, wollte ich nochmal gesagt haben. Also, ich muss Eisbomben verwenden. Die Codex-Einregel, die kriegen wir. Und die Eisbomben. Zehn Dämonen einführen. Und wer ist jetzt Pain Elementals? Drei verschiedene Chlorikills, weil, wer ist denn Pain Elemental? Wer ist das? Pain Elemental? Pain Elemental. Oh! Warte. Ich will den sehen. Warte, wie kann man den? Wie kann man den? Ich hätte doch, kann man den nicht größer machen? Äh, warte, Pain Elemental. Ich will den größer machen. Bild anschauen. Hä? Da kann man doch sonst immer ein Bild an. Ach, Bild an. Da geht's denn. Wieso geht's hier nicht? Pain Elemental. Aha, das ist so einer. Ist ein, äh, Wie schauen, also wie der Asch, äh, so in groß. Fliegt der rum, oder geht der rum, oder? Äh, groß, mhm. Ah, der hat ein großes Mal, ein Auge und zwei Hörner, oder wie? Gut, wenn wir den sehen. Und jetzt muss ich auf, auf Ding umschalten, auf Eisgranaten. Und, wie muss ich jetzt sagen? witzig ja tschuldige dein schmelztiegel steckt immer noch im titan der diese wächterstadt angriff das war dein erster kampf gegen die dämonen dieser welt da ist die zweite muss da rein nach und da sind da da unten oder ist da unten einer jetzt wahrscheinlich erst mal darunter oder wie komme ich da hin mit sprung und da ist ein buch so und sind das immer den alpen da rumpelt schon wieder da sind wir hergekommen jetzt muss ich einen einfrieren der kommt gleich wieder jetzt warte mal bis sie bis sie granate wieder geladen hat und bis der auftaucht und da müssen wir nochmal dann haben wir das schon mal weg hier sollte das kann man jetzt warte granate granate da rechts bis das ding gefüllt ist worte dann können wir gleich zwei einfrieren mit sorte moment 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 komm her komm her komm her jetzt haben wir gleich zwei eingefriert ja jetzt warten wir ein bisschen auftauen und die granate wieder gefüllt ist dass man das schon mal haben wir was weg ist ist weg pause was oder pain elemental müssen wir mit drei verschiedenen gläuchten zu machen das war auch nicht das war auch nicht das war auch nicht jetzt müssen wir die zwei kollegen noch ein paar mal einfrieren hier das war das schon mal das war 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 das ist da sonst noch da sind schalter und da müssen wir schauen da ist noch ein fragezeichen da unten wie kommen da unten da hinten runter wo sind jetzt die kollegen gotte muss warten bis die granate wieder aufgeladen ist rechts das blaue symbol rechts blau so die noch zweimal einspielen dreimal oder so einmal noch einfrieren da sind suppen top 4 hallo also gut ja gut naja wollen wir das mal so im raum stehen lassen erinnert jetzt so ein bisschen an die gefrorene stadt hier das gewitter und so an die gefrorene stadt von rise of the tomb raider oder gut jetzt einmal noch einfrieren so jetzt haben wir den betroffen anzugspunkt ja jetzt können wir es umhauen du sollst sie umhauen jetzt ist da unten das ding holen erinnert so ein bisschen an also den haben wir schon kodex erinnert so ein paar elementen mit drei verschiedenen klar was und was haben wir als gekriegten retoren anzugspunkt oder zwei ja gut so jetzt muss man da vorsichtig runter und da ist jetzt ein ding eine rechte batterie oder der batterie und dann haben wir das da dann haben wir das da da ist auch noch ein erst immer durch sind ist da unten noch einer da ist dann müssen wir jetzt auf die zwei schalter hauen schnell oder wie oder gleichzeitig oder warte entschuldige also müssen wir auf die zwei schalten schießen oder hauen oder einmal und auf die und jetzt geht's auch oder jetzt, 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 oh aaaaahhhhhh guck dich, ja oh nee, jetzt komm, jetzt komm ja, das ist hier so ein boss halt ja, der ist wieder, ah nee oh komm ja, da muss ich ja, der ist mit der Supershot dann oder wie nee, ne da ist so ein böser ja doch nee, den kann man nicht ja, der schützt sich nicht mehr ja, prima warte, da brauchen wir die Supershot dann glaube ich, oder? nee, da müssen wir auf mittlere Entfernung oder so und dann mit der Supershot dann, oder? oh, wenig Gesundheit, das ist nicht gut, das ist nicht gut, 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 der dämliche, komm her ja, wenig Gesundheit, das will ich gar nicht da haben wir hier schon so einen Idioten her der schützt sich immer toll ach komm komm, jetzt bin ich gleich wieder tot hier ich mag nicht, kann man da nicht einfach auch rein gehen? ach komm der ist ja der schützt sich immer ach mit mir, wie soll man denn? ja, komm mit Eiscombo da kriegt wieder gar nichts ach komm du sollst nicht dich totzgeich das ist so ein Dreckspiel das ist so ein Dreckspiel jetzt haben wir ihn, oder? ne, der schützt sich immer toll toll und dann kommt der Dreckshund auch noch und der, das ist nicht totzgeich ach komm, leck mich doch am Arsch komm her ein bisschen, den kann man nicht umhauen den kann man nicht umhauen warte, jetzt habe ich die Schnauze voll äh, wo ist denn die Drecks fucking gar nicht? den kriegt man nicht weg der geht nicht weg der geht nicht weg der geht nicht weg der geht mit gar nichts weg der geht nicht weg der geht nicht weg der geht nicht weg ja, der geht nicht weg und warum wird gar nichts? naja, den kann man gerne ruhig mal 20 Stunden auf ihn draufhauen macht überhaupt nichts naja, geht gar nichts geht gar nichts den kann man nicht umhauen gut den kann man nicht umhauen naja der geht nicht der geht nicht mit schweren Waffen der geht mit gar nichts äh, Supershot dann nochmal probieren jetzt kommen wir ne, da geht er wieder nicht durch der ist nicht zerstörbar ich kotze ich kotze gleich komm, geh raus, da kommt das Spiel im Supershot kann Plasma, was haben wir noch? Plasmagewehr geht auch nicht der geht nicht gar nichts naja das geht auch nicht für mich Gesundheit wie bin ich denn jetzt komm, leck mich doch am Arsch ähm Rocket Launcher äh jetzt kommen wir Rocket Launcher die erhabene Stadt Tarasnabad Ort des ersten bekannten Dämonenangriffs in Argent Denur glaub man, der Korakstafel wäre diese Stadt ohne das Eingreifen des Slayers verloren gewesen du kannst mich am Arsch nicht Entschuldigung ja, ne, äh ähm gut äh, Pause wie spät haben sie wie spät haben sie sich? vier Minuten noch, oder? äh eins spielt das wahnsinnig, da hinten ist nix, gell da wahnsinnig Spaß macht das muss man jetzt schon mal sagen da unten ist einer äh äh da oben, links oben die 43 Extra-Leben die sind ehrlich, weil, äh äh, ja weil, Entschuldigung ähm, wenn man Missionen wiederholt und dort die Extra-Leben sammelt dann bleiben die gespeichert wo ist jetzt der Drecks, äh, unter mir wie komm ich da hin wie komm ich da jetzt hin warte da muss ich jetzt kann man da unten runtergehen da kann man jetzt runtergehen, oder? da, ah ne da kann man nicht runtergehen leckt mich doch am Arsch wisch du sollst mich am Arsch Entschuldigung aha BFG-Dimischen Entschuldigung für meine Ausdrucksweise ihr kannst jetzt, äh bitte mal entschuldigen mhm äh, und ich muss hier wo ist jetzt der Pain Elemental? das war der mit den Hörnern da tun wir's noch was ich komm jetzt da wieder raus jetzt bin ich da, oder? äh jetzt bin ich da, oder? äh hä? jetzt da sind wir hergekommen bei der Schallplatte und da geht's da ist die Kletterwand und da unten da ist, wo sind wir da? da geht's nicht drüber da ist also wir sind da reingekommen da ist ne Kletterwand irgendwo und jetzt müssen wir da rauf so, jetzt gehen wir da rauf und ah, hä? okay oh, hoppla haha hat sich verändert für der Kollege gut jetzt, ah du Böser da ist er so, jetzt sind wir da unten da links ist ein Ding da ist ein Ding Rauf des Weiteren müssen wir da runter des Weitere da hinten ist nichts mehr, gell jetzt gehen wir da runter da ist ein Medipack Da ist nix mehr. Speicherpunkt erreicht. Jetzt warte. Da ist links oben ist die Automap. Da ist nix. Warte, da ist die... Ah, ne. Äh, was ist da hinten? Weil böser ist das der... ...element hier. Ist das hier mit den Hörnern? Ne. Ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Da ist nix. Ah, ne, was ist das für einer? Böser. Ah, ne. Den muss man wieder... ...extra umhauen. Ne, das sind rote. Ich muss da erst n Rotem zerstören. Ich weiß nicht, oder? Ah, das sind rote. Im Unsichtbarer. Wo da ist das... Ne. Wo ist das Drecksdruck denn? Da kommt der. Wo ist das Drecksdruck denn? Äh, da? Ah, ne. Ah, komm. Äh, wo ist das dämlich? Äh, da? Ah, ne. Da müssen die dämliches... Da sind wir da rein. Reingekommen. Da müssen wir erst das Totem zerstören, oder? Und wo ist das? Oben, hinten, oben, links, oder? Hinten, oben, links. Hinten, oben, links. Hinten, oben, links. Ja, es macht schon sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, du. Das kann man jetzt nicht mehr sagen. Ne, da ist er auch nicht. Da ist er auch nicht. Wo ist das dämliche Scheißding? Da ist er, oder? Ne. Strahlenschutzanzug. Strahlenschutzanzug. Ähm. Komm, weg mich weg. Komm, weg mich weg. Äh. Ich brauch so'n Dimmischen. Boah. Ja, naja. Da müssen wir erst das dämliche Totem zerstören. All deine Stärke. All der Zorn. Und doch konntest du diese Welt nicht vor sich selbst retten. Doch mit der Erde wird es anders sein. Das waren doch Rote. Ich hätte gedacht, da muss man erst ein Totem finden und zerstören. Sonst kommen die ewig wieder. Oder auch nicht. Da sind wir reingekommen. Dann da ist ein Ding. Da kommen wir nicht hin. Wieso komme ich da nicht hin? Da komme ich nicht. Und da oben komme ich auch nicht. Ich kotze gleich. Da ist ein Slayer-Tor. Oder irgendein Dreck. Komm her, da gehen wir jetzt rein. Das machen wir jetzt hier. Aufgegriffen. Und jetzt. Oh, warte. Ah. Ah, jetzt. Also da ist so ein Schalter. Da waren Schalter. Da waren Schalter. Dann kann man das Ding nehmen. Weil wir einmal Meisterschaftsmarken. Waffen umgehen und so weiter. Kotzgleich. Aha. Das Stockerl. Aha, ja. Prima. And now. Komme ich da oben immer noch nicht hin? Oder wie? Warte, da hinten ist noch ein Ding. Da hinten. Da hinten. Da ist jetzt auch so ein Schalter. Oder wie? Warte. Da ist jetzt auch so ein Schalter. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Wie komme ich in das Drecksding rein? Muss ich erst hier draufhauen, oder wie? Warte. Da ist sonst nichts mehr, gell? Da ist sonst nichts mehr, oder? Hups. Entschuldige. Da komme ich nicht rein. Und da drüben war auch nichts mehr, gell? Warte, da drüben komme ich auch nicht rein. Ja, ich muss das Ding machen, ich weiß schon, aber ich will vorher noch schauen, was hier sonst noch... Warte, 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 auch da ist die Trek Station. Jetzt haben wir das Ding. So. Ähm. 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 Jetzt müssen wir... Da vorne in das Ding machen. Wie spät haben wir? Ähm. 20 und 30 und 50. Äh gut, jetzt machen wir das Ding und dann machen wir Pause, oder? Ja. Und now. Jetzt ist da wieder ein Schalter. Warte, da ist ein... Wie ist das da? Wie ist das da? So, da waren wir schon. Da waren wir schon. Da ist ein Schalter, ja, ja. Ich war ja ein Notarzt, oder was? Corona-Fall-Fretze. Was passiert jetzt? Oh, ah! Jetzt... Oh, da bringt's hier. Ich muss jetzt da in die Suppe rein. Hä? Aha, müssen wir da durch die Suppe runter, oder wie? Da hinten ist es jetzt aber noch nicht offen, oder? Hm. Jetzt müssen wir da in die Suppe rein. Da ist jetzt... Nee, da kommen wir dann von der anderen Seite. Da müssen wir jetzt unten... Da unten runter und dann über die Springwände da rauf, oder? Und dann sind wir da hinten drin. Oder wie? Oder so. Jetzt müssen wir da runter. Müssen wir da runter. Ein, 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 uh. Ah, jetzt will ich unter was? Durch daschen einreißen. Ist da jetzt sonst nix mehr? Warte. Kann man da unten noch... Was ist da und da... Ah, warte. Hä? Da ist noch ein Schmarrer... Ah! Ah! Jetzt ist schon eins... Wen... 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 Weniger... Das ist ja voll laut hier, oder wie? Nee. Ich kotze gleich. Das... Jetzt schauen wir, dass wir noch einen Speicherpunkt kriegen. Oh, nee. Warte. Warte. Wie komme ich denn da raus? Warte. Ich muss jetzt... Was ist denn da rechts drin? Nichts mit Soße. Jetzt... Da komme ich wieder rauf, oder? Nee. Wir müssen da unten. Unten runter. Mit Deschen einreißen. Oh, das... Nee. Ich kotze gleich. Äh. 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 Ich muss jetzt da... Huh? Da hinten durch, oder wie? Oben oder unten? Bin ich blöd. Ich muss wieder rauf, oder wie? Ich muss wieder rauf, oder wie? Hä? Ach so. Jetzt warte. Äh. Muss ich das kaputt machen? Hä? Bin ich blöd. Wie komme ich denn jetzt da runter? Hä? Ich muss da unten... Du... Ich komme jetzt da durch. Äh. Ach, bitte. Was mache ich denn hier falsch? Ich muss das kaputt schießen. Ah, das muss man kaputt schießen, oder wie? Und dann? Geht's da durch, oder wie? Also, jetzt komme ich da durch, oder? Und jetzt muss ich da rauf. Es steht geschrieben, dass dein Hass auf die Dämonen dem Volk von Argente nur Hoffnung gab. Ah. So wie jetzt auf der Erde. Ist das der? Warte, da muss ich jetzt einen Glory Kill machen. Leu Kill... Können wir jetzt... Nooy Kill machen? ahhhhm Looy Kill... ich schalte jetzt aus und wieder ein tschüss bis gleich seid mir bitte auch weiterhin seid mir bitte auch weiterhin wohlgesonnen und schaltet ein und traget meine botschaft hinaus in die weite welt auf dass es euch wohler gehen möge tschüss bis gleich